Ich habe gestern vom Mai gelesen, die Presse vom Gewerkschaftsbund hat wegen der Begrenzungsinitiativen wieder in riesen Scheissdreck herausgelassen, betreffend Löhne und Arbeitsbedingungen. Ja, kennst du den Tag? Es ist doch immer das Gleiche mit denen. Solange sie ihr goldene Essen damit verdienen, ist die Weltversorgung. Ja, auf den frankierenden Massnahmen wollen wir gar nicht anfangen, oder?